Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Endergames. Wir spielen heute das Kid Teleporter und heute habe ich ein paar Sachen anzusprechen auf jeden Fall. Ja, heute habe ich ein paar Sachen anzusprechen und gestern und vorgestern kam kein Video, Leute, weil der Kosova und die Sarah da waren Freunde von mir und wir dann da keine Zeit hatten beziehungsweise andere Sachen gemacht haben. Und ja, jetzt geht es dann gleich los und zwar das, was ich sagen möchte, geht darum und zwar ihr wisst bestimmt, dass ich derzeit in keinem Projekt bin und ich hätte mega Bock aber auf ein Projekt, nur das Problem ist, ein Community-Projekt kann ich jetzt gerade nicht machen, denn ja, das geht gerade nicht, denn die Leute, mit denen ich gerne was mache, die sind gerade selbst in einem Projekt, das nennt sich übrigens Zoba und alter, ihr müsstet jetzt gerade in meinem Bauch, der macht es richtig so, wie das Monster von Loch Ness. Auf jeden Fall, die sind gerade in einem Projekt, das bedeutet, ich kann mit denen jetzt nicht einfach so ein anderes Projekt starten, aber bis das Projekt von denen aus ist, hätte ich gedacht, dass ich eventuell Captive Minecraft mache. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ich weiß, es machen schon mega viele Leute, aber ja, ich weiß nicht, was haltet ihr davon, würdet ihr das gucken, würdet ihr, würdet ihr das feiern, wenn ich Captive Minecraft hochladen würde? Ich weiß es ja nicht, das müsst ihr schon mir sagen, ich weiß das nicht. So, ähm, also ich würde, ähm, ähm, ich würde es gerne machen, weil ich, ähm, hab das ganz kurz mal im Single-Bear angetestet und ich muss sagen, das fand ich eigentlich echt cool, ohne Spinne, natürlich, pass auf, ich bin da, okay, er ist tot, er ist tot, okay, 31 Blöcke ist jemand entfernt und der ist bestimmt da oben, ja, der ist da oben, oder ne, hier unten ist jemand, hier unter Wasser, hallo, ich hab leider keinen Bogen, aber ich hab das hier, okay, das war bestimmt ein Hai, aber ich hab ihn ja außer Wasser gegeben, okay, wir sind jetzt unverwundbar, 10 Sekunden lang, jetzt können wir ihn aber auch angreifen, haben wir eine Enderperle? Ne, wir haben leider keine Enderperle, schade, sonst hätte ich ihn jetzt angreifen können, weil ich war, ja, unverwundbar, aber jetzt bin ich bestimmt nicht mehr unverwundbar, ist bestimmt schon vorbei hier, aber egal, ich töte hier einfach mal ein paar Schweine, und Schweine sind toll, okay, im 49-Block ist jemand entfernt, ähm, einen goldenen Apfel können wir uns machen, nice, jetzt schon, aber wir sollten erstmal ein bisschen Ausrüstung machen, ich glaub, das wär ein bisschen besser, oder wir töten einfach viele Leute. Dann brauchen wir auch nicht unbedingt zu viel, ähm, Sachen. Okay, der da vorne craftet gerade, den möchte ich mir jetzt echt gerne holen, weil der hat auch einen megaschönen Brustpanzer für mich. Oh, da hab ich ihn noch tot, komm, ich möchte die Sachen haben, okay, wunderschön, wunderschön, perfekt, und jetzt müssen wir gepottet werden, perfekt, und jetzt bin ich hier oben und chill in meinem Leben. Ich glaub, ich springe ins Wasser, oh nein. Okay, Hälfte Leben verloren, ist jetzt aber egal, denn, ähm, wir können jetzt uns hier ein bisschen Ausrüstung craften, aber ich dachte, ich bin unverwundbar, aber wahrscheinlich waren die zehn Sekunden jetzt ja auch schon vorbei, die können ja auch nicht hier ewig anhalten. Ähm, dann machen wir uns noch hier einen Helm, jawohl, einen schönen Helm hab ich da, und dann können wir uns auch gleich noch einen Goldapfel machen. Geil, das feier ich grad. Und was kann ich noch machen? Ein paar Brote, genau. So, perfekt. Jetzt haben wir hier, äh, ich hab mir hier, klar, Thomas, ähm, jetzt haben wir hier eigentlich ganz gute Sachen. Was ich dennoch brauche, ist ein Bogen und Pfeile. Das wär echt, ähm, gut, wenn ich das hätte. Aber ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ähm, was alles noch passiert. Aber wisst ihr was, in letzter Zeit sind hier irgendwie komischerweise Leute so grau angezeigt. Ähm, ich weiß nicht, was da los ist. Oder zum Beispiel, ich seh ganz oft jetzt Spectator rumfliegen, also beziehungsweise ich seh die nicht, aber, ähm, den Kompass von denen kann ich sehen. Ziemlich creepy. Ja, Leute, ziemlich creepy. Ähm, ich hol mir hier eben die Kiste. Zack, zack, zack. Okay. Okay, wir wurden geportet. Kein Problem. Lol, ist dann das Essen auch aufgefüllt? Ist dann das Essen auch aufgefüllt? Habt ihr da gerade aufgepasst? Oder hat sich da gerade mein Essen aufgefüllt? Das Rumpel? Komm her. Bitte das Rumpel. Oh, jetzt wollte ich schon gerade mit dem Bogen schießen. Nein, ich lass mich von dir nicht anzünden, Rumpel. Er hat sich sogar selbst angezündet. Krass. Krass, auf jeden Fall. Okay, er wird auf jeden Fall sterben. O.T. O.T., ja, okay. Er ist tot. Okay, Leute. Ähm, da mussten wir jetzt eigentlich nicht viel machen. Aber, oh, geil. Ich möchte die Pfeile haben. Und? Das Schärfe. Er hat ein schärfer Diamantschwert. Hä, wieso geht der dann nicht auf mich los? Richtig unlogisch eigentlich. Er hätte richtig auf mich losgehen können. Dann wäre das nicht passiert. Okay. Okay, okay. Jetzt machen wir noch so. Wir können uns einen Helm machen. Einen Diamanthelm sogar. Ähm, aber wir haben kein Holz. Oh mein Gott, wir haben kein Holz. Okay, Leute, tut mir leid für diese komische Runde. Ich rede hier irgendwie nur Schwachsinn. Ähm, weil ich Bäume mag. Och, Mann. Ja, ich kann Tote sehen. Ja. Ja, man kann Spectator sehen. Das ist, glaube ich, irgendwie gerade so ein Bug. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht sehen wir auch einen Toten. Das würde mich auf jeden Fall ziemlich faszinieren. Denn ich habe noch nie Tote Menschen gesehen. So. Oh, wir haben einen Bogen. Für die Leute, die sich jetzt schon so dachten so, hey, guck mal in dein Inventar, du hast einen Bogen. Die freuen sich jetzt bestimmt. Weil ich hasse das ja immer, wenn ich bei einem YouTuber gucke. Und, oh, hier ist zum Beispiel ein Spectator. Hallo? Hallo? Spectator? Hallo? Spectator? Wo bist du dann? Okay, jetzt ist er weg. Ähm, ja. Ich muss sagen, ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Och, ich bin komplett verpeilt. Thomas, jetzt reiß dich doch mal zusammen hier. Das ist ja richtig scheiße, was ich hier leiste. So, erst mal die Scheiße hier weg. Und dann geht's auch gleich weiter. Ja, jetzt hab ich den Bogen und Pfeile. Das ist gut. Ah ja, genau. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich hasse das ja, wenn ich YouTuber gucke. Und dann ist es so, ähm, dass ich einfach immer was sehe, was sie nicht sehen. Zum Beispiel sagen sie so, ja, boah, ich bräuchte jetzt das und das. Und sie sehen es einfach nicht im Inventar. Und ich seh's dann aber. Und dann muss ich mich immer so ultra aufregen. Beziehungsweise guck doch, hier macht das Inventar auf hier. Und wenn er's dann endlich entdeckt hat, dann freu ich mich so sehr, als würde ich gerade ein neues iPhone bekommen. Oder was weiß ich, irgendein Geschenk. Gut, Leute. Also wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auf sowas Bock hättet. Okay. Okay. Komm her. Okay, er ist auf jeden Fall Delfin. Ähm, einen Wasserkampf mache ich mit ihm auf keinen Fall. Das kann er knicken. Okay. Da habe ich ihn jetzt einmal getroffen hier. Komm doch her. Okay, er bleibt unter Wasser. Nee, ganz ehrlich, einen Delfinkampf möchte ich mit ihm jetzt nicht machen. Da gehe ich jetzt lieber weg. Weil, jetzt kann ich ihn von hinten angreifen. Yeah. Ich meine, er kann dann eh flüchten. Alter, was ist los mit mir? Heute bin ich komplett bescheuert. und ein Schuss noch, Leute. Oh mein Gott, er wurde geportet. Schade, schade. Aber den hier töte ich jetzt. Okay, er ist high, glaube ich. Okay, ich glaube, er ist high. Oder wenn er kein high ist, dann ist er, er ist auf jeden Fall high. Er ist high. Okay, ist auf jeden Fall high. Ähm, was mache ich denn? Ach, ich habe schon eine Idee. Und zwar, ich mache das hier. Ich wollte ihm jetzt das Wasser hier wegnehmen. Aber es bringt sich, glaube ich, auch nicht viel. Ähm, was mache ich denn? Habe ich den Tee? Ja, und dann habe ich auch noch ein Feuerzeug. Wenn ich ihn aus dem Wasser bekomme, so wie jetzt, dann ist er nämlich viel schwächer. Das ist, ah, stimmt. Ich könnte Dings benutzen. Schneebälle. Auf jeden Fall. Ja, klar. Und jetzt kommst du hier an, oder was? Ja, stirb. Ja, klar, Leute. Klar. Was ist denn das für einer? Er schreibt, Vorsicht, machen die Team? Ja, klar, sie machen Team. Geil. Ich feiere dich. Und ein hässliches Team. Wie mich das gerade jetzt aufregt. Er schreibt sogar noch so, Vorsicht. Deswegen, ich dachte mir schon so, warum schreibt er da Vorsicht? Ja, natürlich schreibt er hier Vorsicht, wenn die ein Team machen. Und ich wollte gerade noch so weggehen und den goldenen Apfel essen. Und er hätte mir gedacht, ja, bitte werde ich geportet und wäre ich unbesiegbar gewesen. Aber gut. Gut, es bestand halt nur aus einem Team. Der eine ist nur die ganze Zeit weggerannt und der andere war halt eben, hi, dann schätze ich mal, dass sie da auch eine Falle gemacht haben, dass jemand ertrunken ist oder so oder die ganze Zeit nur unter Wasser gekämmt haben. Könnte ich den Leuten hier zu trauen. Aber gut. Wenn ich meine, sie müssen ein Endergames Team machen, gut. Okay, Leute. Ich würde einfach mal sagen, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob ihr Captive Minecraft wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen oder heute nochmal. Mal gucken. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao. Oh, shoot.